Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und worum es geht, ist, dass jene Corona-Impfung gilt. Die Delta-Variante ist gefährlicher und infektiöser. Kleine Kinder können nicht geimpft werden, aber Langzeitfolgen durch Corona erleiden. Chronisch tränke Menschen, Menschen mit dauerhaften, schweren Infekten und so weiter, können leider nicht geimpft werden, obwohl sie es wollen. Diese Menschen müssen wir schützen und auch uns selbst. Und daher lassen Sie sich nicht von den sogenannten Querdenkern und Allohupträgern etwas anderes erzählen. Oder lassen Sie sich bitte auch nicht von den Schlafzeilen gewisser Medien mit reißerischen Überschriften beeinflussen. Das Ganze möchten wir Ihnen jetzt auch ein bisschen szenisch nahe bringen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit im Voraus. Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ......